ich glaube nicht dass er sterben wird er muss jetzt ich muss jetzt drauf mit klinge man guck dir das mal so geht das ok er macht er kriegt die posten bedienst noch weiter mein weiß mag jetzt richtig langsam jetzt war eigentlich kommt er noch ruhig der cast wobei ich sagen muss ohne invest leichter aber das ist ich finde das so ein bisschen der nervenkitzel jetzt war wer wer bleibt am leben und so kram war er hält das durch oder wie spiele ich besser gesagt die spiele ich die schlage ich mich sagen was man so auf vier charaktere aufpassen ist immer scheiße folgen gegen boss gegner wobei ich dann auch drei kreuz alter vater wobei ich dann auch drei kreuz gemacht wenn ich hier fertig bin weil weil ich mir unbedingt diese mal also ganz normalen meiner punkte zurücksehne also ich freue mich schon extrem also ich würde mich werden natürlich traurig wenn es schon vorbei wäre aber wird mich auch nachher freuen wenn ich wieder ganz normal fein für die spiel beispielsweise jetzt diese maler punkte wieder ab doch jetzt ging das alle ab und der hat gesessen alter warte mal die fotze die fotze macht doch feuer jetzt bin ich gespannt ob ich das überlebe ich glaube nicht einer wird von mir jetzt kapieren weil ich mit vita nicht so viel heil jedenfalls nicht alle sind wird sterben außer wir machen jetzt k.o. stirbst du bitte stirb auf alter alter sicherlich wo ist meine scheiß fündig wieder da bitte nicht sterben das wäre jetzt uncool das kann ich da kann ich das kann ich das ist so unfair scheiße das geht nicht zu nah ran das feuer ich glaube es wird alles in luft fliegen endlich erinnere ich mich an alles ich bin der hüter dieses turms ich bin einer der alten die ihr uns nennt ich habe sehr lange geschlafen und ich wachte auf weil dieser turm in gefahr ist ich denke ich habe ein bisschen zu lange geschlafen schließlich hat es mich viel zeit gekostet mich an meine aufgabe zu erinnern der schaden ist erheblich aber es ist noch nicht zu spät der schwebende kontinent darf nicht in die sonne geschleitert werden denn das würde schlimme ausführung auf diese welt haben ich werde hineingehen und den turm stabilisieren jetzt heißt es wohl abschied nehmen vielen dank für alles was ihr für mich getan habt es hat spaß mit euch gemacht dash nein du wirst sterben wenn du dort hinein gehst dann stirbst du verlor dies ist mein schicksal geht zünsel der zwerge dort werdet ihr kraft des feuer zu halten ich werde euch nicht vergessen lebt wohl wir sind zurück auf der enterprise und hat uns das etwa hierher gezaubert schaut der mahlstrom wird schwächer jetzt können wir ihn passieren tatsache wird voll schwach okay jetzt jetzt aufgehört wir stehen in der schuld lasst uns zünsel der zwerge ziehen es war gibt er mir die befehle dash pass auf dich auf okay jetzt gehen wir kurz auf die karte was ist denn die in wo wir sind wir jetzt stehe ich mich mal quer ach so oben bin ich okay insel der zwerge ich werde glaub behaupten wir müssen nach westen hier würde ich sagen ist insel der zwerge scheiße eine seeschlange na wunderbar du hast mir noch gefehlt du kleine huhrer wirst du mich ficken nein wirst du nicht damit muhahaha wenn wir die kraft des feuers erhalten haben dann haben wir auch eine neue berufsstufe neben der berufsstufe bin ich doof neue beruf haben wir dann freigeschaltet so raus hier sind jetzt zwerge zwergstall juhu hey ho wir sind klein und haben großen ärger ja hey ho menschen willkommen in der zwergschlotte schlotte vor allem geile wort nicht aber hier sind wir richtig ich meine nase mal wieder nicht enttäuscht wir können hier können die mit dir persönliche briefe lesen seit kurzem entfernen sich die kinder beim spielen immer weiter von uhr obwohl ich ihre abenteuerlos begrüße befürchte ich dennoch dass sie in schwierigkeiten geraten werden bei meinem oh gott warum erzählte mir sowas beim ersten treffen mit frau war sie ein passagier auf meine bütze das war als würde mein herz über den wolken schweben versteht ihr über den wolken schweben alter ernsthaft was geht bei dir wir haben den schreien mit einem schützenden zauber überlegt den letzten horn wird niemand zu nahe kommen wir werden es freiligen halt dort befindet sich schwer dort befindet sich schatzkammer der zwerge allen nichts wegen des eintritt nicht gestattet moment das könnte bestimmt böse für mich enden ok der stein ist dazwischen alles klar ok ja ja ich hab's ja begriffen aber die bald keiner hat hier futzen was die bei dir ok ich hab wahrscheinlich den hauptzweck gefunden dieser schafft kurz vor hat sich mit dem horn des eises davon gestohlen er flue ich den unterirdischen see dann können wir nicht verfolgen weil sie nicht schwimmen können was ist das für ein gämlicher grund stimmt doch gar nicht aber ihr seid menschen ihr könnt das bitte helft uns und how the fuck should i do that im nahe befasst sich ein leuchtender turm doch nach dem erdbeben ist verschwunden alles was lieb ist ein riesiges loch wow wirklich kriegt das nichts wusstet ihr dass weit im osten das kopf giza auf einer halbinsel liegt nein was geht bei dir hier ist ein kurzer berufe krieger sind waffenexperten mit der fähigkeit ausfall können sie mehr schaden versuchen doch ihr abwehrwetter durchgesenkt weiß man haben sich auf stärkende energie spezialisiert sie mögen fiesisch schwach sein doch ihre lenskraft ist unübertroffen schwarz magier haben sich auf offensive magie spezialisiert außerdem sind sie wieder schatzfähiger als sie aussehen ok die sind flink und gewandt und können ihre waffen blitzschnell schwingen ihre fingerfertigkeit öffnet ihnen jede verschlossene tür mit ihrer fähigkeit stehen können sie gegen ihre items erleichtern wenn sie reichstaus nehmen wird ihnen weniger schaden zugefügt alles uninteressant animat 80 ja sicher erst mal wieder potions mit da können wir eigentlich auch ein paar mitnehmen kann haben wir mal drei müde und echo kraut noch mit da noch drei von ich glaube reicht auch erstmal so ich bin ja dafür dass wir stab auf jeden fall verkaufen wieder rüstung kann weg ich bin das behalten wir aber noch 80 kill alter für eine übernachtung 80 kill also luxuriös sie hat hier nun nicht aus ne nur mal so nebenbei erwähnt die waffen laden oder so ja jetzt mal von laden türfing 28 angriff nicht schlecht feuer statt eine diamantglocke wir benutzen sowas ich bin richtig schwul 3.000 Fälle leck mich am arsch so er hat es auch jetzt mal 90 90 pfeile können wir dazu oder geht das nicht so jetzt hat es gereicht okay das wollte ich nicht so brüller bogen einfall das passt zuerst mal dann haben wir noch dieses genau hier ist unser schatz einzig von wurde geborpsen die witz von einem schiff gestohlen geklaut es muss gefunden werden wow ich sage es nicht diese rüstungsdings war sieht so aus nix auch mal klauen kann okay ich bin dafür dass wir davon eine kaufen davon ein aber ich koste eine eisrüstung rüstung trisch hätten wir das sind zwei schutz das sind da wiederum sechs und vier rüsten 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 nie warte 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 da fehlt noch was moment so jetzt können wir ein bisschen was verkaufen war so das kann weg das kann eigentlich auch weg das kann auch weg die behalten wir erstmal noch die kann weg die kann weg der kann weg natürlich könnte er auch weg war aber besser was war die gelehrten wo die würde ich gerne behalten so viel geld haben wir jetzt sonst waren und reicht glaube ich doch das reicht für eine eisrüstung die so das ich irgendwie gut dann kaufe noch die platten plattenpanzer plattenpanzer ordnen und raus hier wie kommen wir denn zum unterirdischen see wir müssen ja folgen muss ja irgendwie schwimmen das größte hat Girls bis 28 blablabla blablubla blablabla 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 blabe blablabla ich bin verwirrt ok Gutsko hat den Eishorn geklaut welchen unterirdischen See denn ich muss hier bestimmt einmal rumfahren wetten na lass mich nicht im Stich so natürlich why the fuck auch not das ist jedenfalls kein oh shit ich glaube ich habe einen Fehler begangen ich bin ein Fehler begangen aber dicken alter one hit der mich ich fühle mich überhaupt schaden zu ja ein bisschen ok ich bin wahrscheinlich nicht ganz so falsch wie ich denke ich muss bestimmt in den Wald rein da ja flussmäßig gesehen ja oder See wie auch immer ja wie komme ich denn da hin ich bin überfragt ein bisschen ok das wird nichts ist hier irgendwie ja guck mal einer an oh hier ist ein Chocobowald schon wieder hab ich nicht Chocobo was bemerkt jetzt erklärt sich mir jetzt nicht so ganz aber egal so so in der äthlischen See irgendwie hier mal an Bein noch ein Chocobowald cool hier sind ganz viel viele Chocobowälder was ist der das ist immer noch so grau das ist echt schwer zu erkennen was was ist ja normal so da ist also wasser da kommen wir noch mal rechts rum fahren aber dann kommen wir da auch wieder an irgendwie habe ich was bei den zwergen wohl übersehen muss ja weil anders kann ich nicht ehrlich gesagt nicht erklären so glitzert hier irgendwo was ne anscheinend nicht ah guck mal hier kann ich runter da müssen wir schon wieder zu frischen lasst uns rein springen und nein wir müssen uns doch nicht wieder in frisch wandeln ich würde sagen auch das wollte ich nicht dann würde ich aber sagen die speichern vorher noch mal geht noch mal raus und speicher weil ich nicht weiß wann ich das nächste mal noch mal dazu komme so aus ja speichern nein warte was ist es wirklich vieler gemacht also sind schlimm machen wir doch mal so und beim nächsten mal speichern wieder über der datei ich habe diesmal bis kleinen fehler gemacht aber das ist ja nicht schlimm weil momentan läuft ja alles mit der aufnahme und wenn ich dann wenn das asynchron ist dann liegt ja sowieso an mir ja aber bis dahin würde ich sagen das war es mal wieder mit final für die 3 bis zum nächsten mal tschau